Hey, hey, hallo, hier ist die Rachel Küh. Ich bin die Schriftstellerin von Schweden in meiner Küche und ich wollte euch ein bisschen für mein neues Kochbuch erzählen. Wenn ihr ganz reife braune Bananen zu Hause habt, ich habe ein ganz tolles schwedisches Haferplätzen-Rezept. Und dazu braucht man reife Bananen, Haferflocken, Priesen Salz und ein bisschen Schokolade. Das alles. Ich wollte über meine Erlebnisse in Schweden erzählen, wie ich das Essen entdeckt habe. Also ich wohne schon seit drei Jahren in Schweden und natürlich, man kennt die berühmten Fleischklößchen, aber es gibt ganz viele andere leckere Rezepte, die man nicht so kennt. Und darüber schreibe ich im Kochbuch und ich mache die Rezepte ein bisschen auf meine Art und Weise. Also immer lecker und immer einfach in die Küche herzustellen. Ich bin der Grüttlich Küh marccirder. Also immer lecker und jetzt mit país bei den Küh. Aber dort haben wir auch immer einfach in die Küche. Ich bin der Liedertum.